Ich präsentiere dir heute Schnürer Damiano, der Marke Lui bei Dessamino, in weite Haar gehalten, in zwei Farben, in dem wunderschönen Braun und in Schwarz. Er hat ein herausnehmbares Fußbett. Das Obermaterial ist Nupukleder, gefüttert ist er mit einem Textilmaterial in Kombination mit der Albedex-Membran, Absatzhöhe von zwei Zentimeter, Sohlmaterial ist DR, in den Größen 39 bis 47 erhältlich, auch für große Füße. Dieser Schnürer Damiano von Lui bei Dessamino ist der perfekte Schuh für den Alltag. Das Modell ist auch bestens geeignet beim nasskalten Wetter, denn er ist hier drinnen gefüttert, mit einem weichen Textilfutter in Kombination mit einer Albedex-Membran. So bleiben deine Füße stets trocken, also das ist eine tolle Sache. Das Obermaterial ist in trendigem Nupukleder gehalten, da ist so eine leichte Struktur drinnen in den Leder und das Ganze in weite Haar geschnitten, von der Zehenspitze bis zur Ferse. Das weichgepolsterte Fußbett kannst du leicht gegen deine eigene Einlage tauschen und mit der Schnürung zusammen findest du deine richtige Passform. Das Vorderblatt ist wieder nahtlos gefertigt, so hast du hier keine lästige Reibestände und das ist schon ein toller Komfort. Ja liebe Männer, der Schnürer passt zu vielen Outfits, zu Jeans sowieso, auch zum Anzug, zu Stoffhosen. Aber ganz wichtig, solltest du aber besonders empfindliche Füße haben, kannst du dich absolut auf Damiano verlassen. Genieße jetzt den höchsten Komfort mit Lippe de Samino, eure Biggie.